Okay, das sah irgendwie hässlich aus. Er hat ihn nicht mal eigentlich erwischt. Cool. Ich bin so ein Neudat. Bringt mir jetzt was? Ach, jetzt hab ich wieder Erinnerungen. Ja, Private, du steigst ein Schuss in den verdammten Rücken. Du hast gegründet, was wir gegen uns. Wir sind nicht sicher, bis diese Skylights sind gefeiert. Also, wenn du willst, eine Schuss-Patrol, bis deine Mama vergisst, was du sahst, steig dein sorry Ass hier, bis du dich gesagt hast. Jetzt steig es, Sir! Ich bin tot! Alter Schwede! We stole Checkpoint! Alter, hau mal ab! Geh mal weg! Ich glaube, ich muss abkommen, oder? Ja, ich laufe da erstmal schon noch mit dem Stacheldraht. Ja, ich soll, ich soll hinkommen. Dann muss ich aber auch hinkommen, man. Jetzt habe ich Angst vor den Viechern. Jetzt habe ich Angst vor den Viechern. Ja, ich bin tot! Was? Tu ich jetzt zurück! Äh... Hoch und so! Ja, ja! Super da, schön! Ih, der war ja geil! Der Tricks ist irgendwie geil. Die Viecher dürfen mich nicht entdecken. Wäre schlecht. Ich habe Angst vor den Viechern. Sind wir zu bösartig und so. Oh, ich hasse uns so, Alter. Wieso? Egal. Ich sage immer uns so, das ist irgendwie nervig. Nervtöten. Scheiße. Was auch immer. Ich wollte auch so langsam mal speichern spielen. Das weißt du, oder? Raketenwerfer. Durch Dach. Ja, toll, weil das so ein Depp ist und durch Dach springt. Das hätte ich zum Beispiel nicht gemacht. Boom. Ach, du scheiße. Scheiße. Scheiße, als soll ich mir. Das Ding hat mich noch nicht entdeckt. Ich weiß nicht, welches ich bin. Nein. Stopp doch. Stopp einfach. Okay. Was ich soll rechtsklick machen, um es zu konsumieren. Oh, das hat mein ganzes Leben aufgefüllt. Was zur Hölle. Ich will, ich werde das aufgeben. Ah, okay. Wenn ich so eine Viecher konsumiere. Ähm. Da du deine Dings konsumiert hast, also eingesaugt hast, ähm. Hast du jetzt diese Power. Each Powerhouse. Ach so, jede Power hat unterschiedliche Attacken-Kombos und Dings-Bombs. Mit eins aktivierst du. Ne, deaktivierst du die Power. Oh, mies, ey. Guckt euch das an. Ich kann die Taschnetzeln. Was ist so geil, ey. Oh, noch mehr von den Viechern. Na los. Alter Schwede. Okay, vielleicht sollte ich nicht ganz so übertreiben. Okay, ich sollte nicht ganz so. Ey, komm, das war unfair. Ich wollte gerade am Ende wegrennen, konnte es nicht. Ja, ja, ist gut. Ja, ist, ist doch. Hallo, ich möchte gerne abhauen. Mann, ich habe verstanden, dass die Viecher zu aggressiv für mich sind. Ist doch gut, Mann. Wie die übertreiben gleich. Wie kann ich denn ein Special Move oder sowas machen? Die käme ich gleich schon wieder. Ich möchte gerne einen einsaugen. So. Einsaugen, einsaugen. Ja, natürlich. Ach, jetzt. Sauge ihn ein. Sauge ihn ein, sauge ihn ein. Tu es einfach. Mies, ey. Einsaugen und so. Okay, so. Darf sind die ganzen Soldaten, die hier auch rumstehen und so. Kann ich auch irgendwie mal... Ich wollte gerade sagen, bitte normal angreifen und so. Okay, reicht, reicht, reicht. Saug ihn ein, saug ihn ein, saug ihn ein. Alter, wie wir halt nicht scheiß sicher aus. Ganz ehrlich. Komm her, ich muss dich einsaugen. Ist doch gut, Mann. Irgendwie. Ja, ist. Hallo. Hallo, ich kann nicht weg. Jetzt wird es ein bisschen mies irgendwie. Hallo. Einsaugen und so. Ich kann hier einsaugen. Ich kann nicht konsumieren. Ich habe ihn konsumiert. Habe ich ihn konsumiert? Och, komm. Okay, so langsam reicht es, ganz ehrlich. Ich habe keinen Bock mehr, gerade. Weil ich eigentlich aufhören wollte, zu spielen. Aber jetzt habe ich irgendwie so eine Schnetzel-Power, dadurch, dass ich zwei eingesaugt habe. Ja, ist, hallo, drei auf ein ist ein bisschen unfair. Aber nur so ein bisschen. Hallo. Hallo. Wie unfair ist das denn? Ich saug's lieber jetzt ein ein, wovor ich es nachher tun würde, es geht ja nicht mehr, weil es ja zu spät ist. Ich habe mich keinen Bock. Einsaugen, einsaugen. Konsumieren. Ich glaube, am Ende kann ich, wenn es zu viele sind, dann, da, schnell, saug hinein, saug hinein, greife ihn doch. Ja, hallo, ist gut, Mann. Ich möchte gerne, ich möchte ihn konsumieren, genau. So viele von den Scheißviechern. Kann keiner sich da durch... Ey, komm, übertreibt man nicht. Ich möchte auch mal aufhören mit dem Spiel jetzt. Hallo. Ist doch gut. Fünf Tanks. Soll ich jetzt erstören, oder was? Saug hinein, saug ihn doch rein. Hallo. Ich möchte dich gern. Genau. Okay, einer. Ja. Witzig, Mann. Alter. Wie witzig die sind. Die übertreiben, ganz ehrlich. Ich meine, mehr als... Mehr als in der Ecke. Alter. Okay, sowas ist scheiße, wenn man nicht aufhören kann. Ist doch gut jetzt, Alter. Geht der Tanker mal kaputt irgendwie? Ja, hallo. Ja, ist gut, Mann. Hallo. Komm, saug irgendeiner, einfach. Schnell irgendeinen. Ey, das ist unfair ohne Scheiße. Das ist übelst unfair. Soll ich machen mit dem Schild? Alter. Jetzt spiele ich schon länger als ich wollte. Schon elf Minuten länger. Habe ich jetzt mal nicht. Dingsgrad deaktiviert. Ja, ist doch gut, Mann. Hallo. Komm her. Einfach schnell. Hallo. Okay, ganz ruhig bleiben. Das ist ja gar nicht passiert und so. Das ist ja gar nicht passiert und so. Kann ich mich auch so greifen? Ja, mach, komm, mach mich einfach kalt, Mann. Was ist denn das? Ich möchte irgendwie mal... Danke. Danke. Sehr freundlich von dir, Tank. So. Alter. Wo sind denn noch Tanks? Da hinten sind zwei. Okay. Einfach draufkloppen, nicht die Fiecher beachten. Ja, schön. Ja, hallo. Alter. Holy shit. Oh, voll zerquetscht. Boah, Munition. Ich brauche Munition. Bewegt euch. Alter. Mission complete. Dankeschön. Sehr toll. Bum, bum, bum. 20 Abgrüßung. Okay. Dann werde ich hier an der Stelle jetzt erstmal speichern, würde ich sagen, Leute. Und, ähm, ja, 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 ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich, ähm, ja, ich müsste jetzt auch wieder von der Klassenfahrt zurück sein am Ende dieses Videos. Also, dieser Parts. Und, ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß mit diesem Let's Play. Und, ja, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Und, ähm, ciao. Und, ähm, ja, 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 ja. Vielen Dank.